Ich bin Eva aus Lüneburg. Mein Thema ist Klima. Klima steckt im 13. Nachhaltigkeitsziel. Klima steckt aber auch in allen anderen Zielen, weil die Umwelt unsere Lebensgrundlage ist. Wir setzen uns dafür ein, dass vor allem junge Menschen sich für Klimathemen engagieren können. Klimagerechtigkeit, denn nicht nur bei uns gibt es Überschwemmungen, Wälder verschwinden, sondern weltweit. Weltweit so stark, dass Menschen fliehen müssen. Klima ist eine Fluchtursache. Die haben wir hier im Bild verortet, um zu zeigen, das ist ein Thema, mit dem wir uns hier lokal auseinandersetzen müssen. Wir müssen unser Verhalten ändern, damit sich international auf der ganzen Welt etwas ändern.